Zigaretten sind nicht gut für uns. Das ist nichts Neues. Wir kennen die Gefahren des Rauchens schon seit Jahrzehnten. Aber wie genau schaden uns Zigaretten? Sehen wir uns mal an, was passiert, wenn die Inhaltsstoffe durch unseren Körper strömen und wie unser Körper davon profitiert, wenn wir mit dem Rauchen aufhören. Zigarettenrauch hat mehr als 5000 chemische Substanzen. Mit jedem Einatmen gelangen diese in Kontakt mit unserem Gewebe. Von Anfang an legt sich Thea, ein schwarzer, harziger Stoff, auf Zähne und Gaumen und zerstört den Zahnschmelz. Das führt schließlich zu Karies. Im Laufe der Zeit schädigt der Rauch auch die Nervenenden in der Nase, was zu Geruchsverlust führen kann. In den Atemwegen und der Lunge erhöht der Rauch das Risiko für Infektionen und chronische Erkrankungen wie Bronchitis und Emphyseme. Ursache ist die Schädigung der Flimmerhärchen winziger, haarähnlicher Strukturen, die die Atemwege sauber halten. Zudem sammelt sich der Rauch in den Lungenbläschen an, die den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen Lunge und Blut ermöglichen. Durch eine Membran gelangt giftiges Kohlenmonoxid ins Blut, verbindet sich mit dem Hämoglobin und verdrängt den Sauerstoff, den das Blut normalerweise durch den Körper transportiert. Das ist einer der Gründe, warum Rauchen zu Sauerstoffmangel und Kurzatmigkeit führen kann. Innerhalb von rund 10 Sekunden befördert der Blutkreislauf das Stimulanz Nikotin zum Gehirn. Nikotin löst die Ausschüttung von Neurotransmittern wie Dopamin und Endorphinen aus. Die Folge sind angenehme Gefühlsempfindungen, weshalb Rauchen so süchtig macht. Nikotin und andere Giftstoffe aus der Zigarette verursachen aber auch eine Verengung der Blutgefäße und eine Schädigung der Endothelzellschicht, was den Blutstrom einschränkt. Daraus folgen die Verdickung der Gefäßwände sowie eine erhöhte Klebrigkeit der Blutplättchen. Dadurch steigt das Risiko für Blutgerinnse, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Viele der Giftstoffe in Zigaretten können gefährliche DNA-Mutationen auslösen, die zur Entstehung von Krebs führen. Zusätzlich können Inhaltsstoffe wie Arsen und Nickel den DNA-Reparaturprozess stören, was zu Beeinträchtigungen bei der Abwehr vieler Krebsarten führt. In den USA werden etwa ein Drittel der krebsbedingten Todesfälle durch Rauchen verursacht. Und es ist nicht nur Lungenkrebs. Rauchen kann Krebs in mehreren Gewebearten und Organen sowie Beeinträchtigungen des Sehvermögens und Osteoporose verursachen. Es erschwert Frauen schwanger zu werden und bei Männern kann es zu Erektionsstörungen führen. Aber wer mit dem Rauchen aufhört, profitiert enorm davon. Mit fast sofortigen und langfristigen körperlichen Vorteilen. Schon 20 Minuten nach der letzten Zigarette fangen Puls und Blutdruck an, sich zu normalisieren. Nach zwölf Stunden stabilisieren sich die Kohlenmonoxidwerte und die Sauerstoffkapazität des Bluts steigt. Und bereits nach einem Tag sinkt das Herzinfarktrisiko, da sich Blutdruck und Puls normalisieren. Nach zwei Tagen beginnt die Regenerierung der Geruchs- und Geschmacksnerven. Nach etwa einem Monat wird die Lunge gesünder. Husten und Kurzatmigkeit gehen zurück. Die Flimmerhärchen in den Bronchien fangen innerhalb weniger Wochen an, sich zu erholen. Nach neun Monaten arbeiten sie wieder effektiver, wodurch sich die Gefahr von Infektionen verringert. Ein Jahr nach dem Rauchstopp hat sich das Herzerkrankungsrisiko halbiert und die Gefäßfunktion hat sich verbessert. Innerhalb von fünf Jahren sinkt das Risiko für Blutgerinnsel drastisch und das Schlaganfallrisiko reduziert sich weiter. Nach zehn Jahren sinkt das Risiko für tödlichen Lungenkrebs um 50 Prozent, vermutlich, da die Fähigkeit des Körpers DNA zu reparieren wiederhergestellt ist. Nach 15 Jahren ist das Risiko für koronare Herzerkrankungen wieder genauso hoch wie bei jemandem, der nie geraucht hat. Natürlich ist es nicht leicht, das alles zu erreichen. Beim Aufhören kann es durch den Nikotinentzug zu Ängsten und Depressionen kommen. Doch zum Glück sind solche Symptome meist nur vorübergehend. Und dank einer wachsenden Zahl von Methoden wird einem das Aufhören ein wenig erleichtert. Nikotinersatztherapien mit Kaugummi, Pflaster, Lutschtabletten und Sprays können Rauchern bei der Entwöhnung helfen. Sie stimulieren die Nikotinrezeptoren im Gehirn und verhindern so Entzugssymptome. Und das ganz ohne weitere Giftstoffe abzugeben. Beratungs- und Selbsthilfegruppen, kognitive Verhaltenstherapie und moderate Bewegung helfen Ex-Rauchern ebenfalls rauchfrei zu bleiben. Das sind gute Neuigkeiten. Denn durchs Aufhören gelangt Dein Körper zu neuer Gesundheit. Bist Du bereit gesünder zu leben? Sieh Dir diese Videos an, um herauszufinden, wie das, was Du Deinem Körper zuführst, Dein Gehirn beeinflusst. Zuhören gelangt Dein Gehirn Zuhören gelangt Dein Gehirn Vielen Dank.